In diesem kurzen Video zeige ich dir, wie du einen Limitkauf-Order in der Bison App durchführen kannst. Klicke dazu als erstes unten in der Menüleiste auf Manager. Wähle dann die Kryptowährung aus, die du handeln möchtest und klicke auf Neue Limit Order. Hier dann unten auf Limitkauf oder Limitverkauf, je nachdem ob du die Kryptowährung kaufen oder verkaufen möchtest. Wenn du zum Beispiel Limitkauf ausgewählt hast, gebe als erstes dein Preislimit ein, zu dem du bereit bist, die Kryptowährung zu kaufen. Gebe dann den Eurobetrag ein, den du investieren möchtest und bestätige die Übersicht, die du dann erhältst mit Klick auf OK bestätigen. Deine Limit Order wurde damit übermittelt und du hältst eine Benachrichtigung, sobald deine Kaufanfrage ausgeführt wird.